Hallo, in diesem Video möchte ich mich ein bisschen mit YouTube beschäftigen. Zum Beispiel wissen viele vielleicht gar nicht, dass die YouTube-Suche nicht nur die Eingabe von Suchbegriffen ermöglicht, sondern ich kann zum Beispiel auch hier nach Beginio dann eben Zoom der Bash suchen. Das ist dann so wie in Google. Man kann auch so Schlüsselwörter nach dem Komma setzen wie Channel. Dann wird eben der Channel entsprechend gesucht oder Playlist. Eine OSINT-Playlist suche ich. Genau. Außerdem gibt es hier jede Menge Filter. Ich kann hier also nach hochgeladenem Datum, nach Typ, möchte ich Videos, Kanal, Playlists. Das haben wir ja gerade gemacht. Die Dauer, also möchte ich Kurzvideos oder Langvideos und auch hier hinten noch verschiedene zusätzliche Sachen eingeben oder auswählen, sodass die Suche von YouTube vielleicht noch ein bisschen besser ist, als man zuerst gedacht hat. All in Title ist auch sowas. Oh, sind Twitter. Dann soll es nur im Titel gesucht werden. Genau. So weit, so gut. Eine andere schöne Seite ist der YouTube Data Viewer. Wenn ich hier eine Video-URL eingebe, dann kriege ich hier einfach mal den Text natürlich raus, aber vor allem hier eben die Video-ID sowie Datum und Uhrzeit, wann sie hochgeladen wurden. Und auch gleich noch ein paar Screenshots aus dem Video, wo ich eine Reverse-Image-Search machen könnte, die bei Google dann stattfindet. Wenn ich Kommentare, also ich einen Hinweis gekriegt habe, da war irgendwie das und das Kommentar und das in einem Video mit unzähligen Kommentaren ist, da gibt es dann dieses schöne YouTube-Comment-Search-Add-On. Da kriege ich dann einfach die Möglichkeit, YouTube-Kommentare leichter zu durchsuchen. Kann man also für solche Anwendungsfälle ganz gut gebrauchen. Was auch sehr schön ist, ich habe hier eine Webseite gefunden, da kann man nach solchen geolokalisierten Videos suchen. Man kann dann eben einen Channel übergeben oder einen User oder auch irgendwelche Filme direkt. Und wenn ich dann hier in der Karte bin, das sollte ich jetzt eigentlich geladen haben, sieht man schon hier, da ist jetzt eben so ein Video mit Geodaten, das ist dann hier eben verortet. Das ist ein bisschen hakelig hier. Ich will ja nicht die Webseite kleiner machen, sondern ich will hier in der Karte. Also das ist auch eine ganz nette Geschichte, wenn man gucken möchte, ob der Kanal Geodaten hat. Ein sehr cooles Video hat er Bendo Brown gemacht, wie er aus so einem Film sich dann mit Screenshots ein Panorama baut. Das kann ich nur wärmstens empfehlen, sich das mal anzugucken. Sehr cooler Kanal. Und zu guter Letzt habe ich hier auch noch für den Chrome Browser zwei Add-ons, die vielleicht interessant sein können. Eine Erweiterung, die die Kommentare mit Zeitstempel auflistet. Und ein weiteres, mit dem ich die YouTube-Kommentare eben mir anders darstellen lassen kann, als es YouTube vorsieht. Also, die Links kommen wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch coole Webseiten kennt oder Tools, lasst sie einfach in den Kommentaren da. Okay, das war's schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.